Wir sind Freunde geworden und ich glaube, wir Friedberger können mit Fug und Recht dann bitten, wir wollen Freunde bleiben und wir wollen hoffen, dass es nie mehr Krieg geben wird zwischen unseren beiden Nationen. In diesem Sinne alles, alles Gute und weiterhin gute Freundschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.